Kinder reagieren sehr empfindlich auf erhöhte oder geringe Temperaturen. Deshalb ist es gerade beim Baden besonders wichtig, die richtige Wassertemperatur einzustellen. Bei zu heißem Badewasser besteht die Gefahr des Verbrühens oder Überhitzens. Durch zu kaltes Badewasser dagegen kühlt der Körper schnell aus. Die Folge kann eine unangenehme Erkältung sein. Die optimale Wassertemperatur liegt zwischen 37 und 38 Grad, also nur minimal über der Körpertemperatur und wird so als angenehm warm empfunden. Schon bei einer Temperatur von 42 Grad kann es zu Hautreizungen kommen. Mit dem Duschthermometer von Rhea können Sie die Wassertemperatur auf dem großen digitalen Display ablesen und so besonders schnell die optimale Temperatur einstellen. Somit entfällt das langwierige Abstimmen der richtigen Heiß- und Kaltwassermenge. Das spart zum einen Zeit, aber vor allem Energie. Die Montage am Duschschlauch ist dank Universal-Schraubverschluss ein Kinderspiel. Schrauben Sie einfach den Duschkopf vom Schlauch ab. Setzen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Dichtungsring direkt in das Gewinde des Duschthermometers ein. Danach verschrauben Sie es zuerst mit dem Duschschlauch und dann mit dem Duschkopf. Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass der Dichtungsring nicht verschoben wird. Sie sollten das Duschthermometer so drehen, dass Sie es bequem ablesen können. Sobald Sie den Wasserhahn aufdrehen, wird die Temperatur des durchfließenden Wassers angezeigt. So wissen Sie ganz genau, ob Sie mehr kaltes oder heißes Wasser für eine optimale Temperatur benötigen. Das Besondere, ab einer Wassertemperatur von 41 Grad werden Sie umgehend durch die aufleuchtende LED und einem Alarmton gewarnt. So können Sie auf der Stelle reagieren und Ihr Kind rechtzeitig vor Verbrühungen oder Überhitzung schützen. Mit einem feuchten und weichen Tuch können Sie die hochwertigen Materialien reinigen. So können Sie die hochwertigen Materialien reinigen.